Schönen guten Tag, mein Name ist Dietmar Dahmen und ich bin internationaler Direktor beim Duolife Club. Heute möchte ich Ihnen Soft-Marketing vorstellen im Jahr 2020. Haben Sie schon mal etwas über Soft-Marketing gehört? Hier haben Sie die Chance, dies kennenzulernen. Wir verbreiten Soft-Marketing durch die Gesundheitsclubs, die zusammen mit Businessclubs vereint sind und im Mittelpunkt steht der Mensch. Was ist Soft-Marketing? Dies ist ein ganz neuer Begriff und wie schon gerade gesagt, steht der Mensch im Mittelpunkt. Hinzu kommt, dass wir auf generellen Tendenzen basieren und dass wir kombinierte Lösungen gefunden haben, um den Erfolg auch im finanziellen Bereich sicherer zu machen. Siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt haben die Sehnsucht nach dem Glück. Ob du es, die Familie, die Reisen, Beziehungen, Geld oder anderen Menschen zu helfen ist, ist ganz unterschiedlich. Aber was ist die Grundlage des Glücks? Wenn die Gesundheit fehlt, kann kein Glück helfen. Wenn wir irgendwo in einer tollen Hotelanlage sind und Zahnschmerzen haben, konzentrieren wir uns nur noch auf die Zahnschmerzen, bis dass diese endlich weg sind. Ohne die Gesundheit können Sie einfach sich nicht an Ihrem Glück erfreuen. Deshalb schauen wir doch mal ein bisschen genauer, was sind denn heute die Herausforderungen? Die falsche Ernährung, die Chemie in den Lebensmitteln, der tagtägliche Stress und die Umweltverschmutzung. Hinzu kommt noch, dass man heute davon ausgeht, dass bis 90 Prozent der Menschen heute parasitären Befall haben könnten. Wenn wir uns den menschlichen Körper genau ansehen, dann wissen wir, dass dieser sich bis auf ein paar Ausnahmezellen alle sieben Jahre komplett regeneriert. Was müssen wir hierfür wissen? Erstens, der Mensch ist durch die DNA vergleichbar mit einer Baustelle. Wir brauchen für den Körper, für den Wiederaufbau, für die gute Regenerierung, viele, viele Nährstoffe. 60 Mineralstoffe, 16 Vitamine, 21 Aminosäuren und Omega-3, 6 und 9 im richtigen Verhältnis. Nur, wenn wir das dem Körper regelmäßig zuführen, dann haben wir eine Chance, gemäß dem Bauplan zu funktionieren. Wenn wir uns dann aber mal anschauen, das ist eine Studie, die wurde von einem Schweizer Unternehmen vorgenommen, der Firma Geigi Pharmaceutical, von 1985 bis ins Jahr 2002. Hier sehen Sie den Verlust an Mehrwerten. Und es ist ganz klar, dass dies so Produkte sind wie Kartoffeln, Brokkoli, Spinat oder Bananen. Wenn Sie diese Liste im Internet suchen, finden Sie noch 20 andere Nahrungsmittel. Aber schauen Sie mal an, was wir an Calcium, Folsäure, Magnesium, Vitamin C, Vitamin B6, was wir verlieren. Das bedeutet, dass wenn wir weiter so essen, wie es unsere Großeltern getan haben, erhalten wir nicht mehr die gleichen Nahrungswerte, wie unsere Großeltern diese erhalten haben. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder. Schauen Sie sich mal die Todesursachen gemäß der Weltgesundheitsorganisation an. 1960 hatten wir circa 37 Prozent der Toten waren durch Herz-Kreislauf-Krankheiten und durch Krebserkrankungen verursacht worden. 63 Prozent waren sonstige. Nun gehen wir mal in unsere heutige Zeit. Es sind 74 Prozent. Das bedeutet, wir haben eine Verdopplung der Todesursachen durch Zivilisationskrankheiten. Und wir gehen heute davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren die Krebskrankheiten noch enorm ansteigen werden. Hier können Sie das Ganze in einer Grafik sehen und hier erkennen Sie ganz klar, dass die Abnahme des Nährstoffgehalts gleichzeitig mit dem Anstieg der Todesfälle wegen Zivilisationskrankheiten gleichkommt. Der Nobelpreis nominierte Dr. Juel Wallach hat in seinem Buch Tote Ärzte lügen nicht ganz klar geschrieben. Wenn Ihr Arzt meint, dass zusätzliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln nicht erforderlich ist oder dass Sie diese in Ihrem täglichen Ernährung finden können, sollten Sie rasch Ihren Arzt wechseln. Je früher Sie das tun, desto größere Möglichkeiten haben Sie, ein langes Leben in Gesundheit und Fitness zu genießen. Und hier kommt die Strategie von Dual Life. Strategie 5S basiert auf der bewussten Ernährung, der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Sport, die geistige Leistungsfähigkeit durch Stressmanagement, eine wirkliche Detoxreinigung und die Einnahme richtiger natürlicher Nahrungsergänzungsmittel. Dies ist ein Projekt, das unter anderem von der Organisation Ich lebe bewusst unterstützt wird. Im Rahmen diesen Projektes machen wir regelmäßige Schulungen, die komplett darauf abgestimmt sind, den Menschen mehr Information über ein gesundes Leben näher zu bringen. Dies sind keine Verkaufsveranstaltungen. Dual Life ist eine Aktiengesellschaft und sitzt im Süden von Polen in der Nähe von Krakau. In unsere Produktionsfabrik haben wir mehr als 10 Millionen Euro investiert, um unsere Produkte gemäß dem höchstmöglichen Standard heute produzieren zu können. Der Vorstand, welcher aus den Gründern und Eigentümern von Dual Life besteht, sind diese vier Herren. Das hat für uns den Riesenvorteil, dass alle vier weiterhin sehr aktiv sind und somit in unterschiedlichen Bereichen unsere Unternehmen die ganze Zeit weiter nach vorne bringen können. Für mich ganz wichtig ist der wissenschaftliche Beirat von Dual Life. Dieser wissenschaftliche Beirat besteht aus internationalen Wissenschaftlern, Ärzten, die geführt werden von dem Biologen Dr. Pyotr Kardasch. Und diese haben den Dual Life goldenen Standard insgesamt eingeführt. Er besteht aus fünf Regeln. Keine Konservierungsstoffe, keine Chemie. Zweite Regel, keine GMO veränderten Produkte. Dritte Regel, nur Glasverpackungen für flüssige Produkte. Vierte Regel, um die Stabilisierung der flüssigen Produkte sicherzustellen, die Technologie IHHP. Und die fünfte Regel, es gibt nur komplette Inhaltsstoffe. Keine Vitamine, die alleine extrahiert werden, sondern insgesamt mit dem biologischen Hintergrund. Das hat dazu geführt, dass wir viele, viele Zertifikate, Preise und Auszeichnungen erhalten haben. Unter anderem nicht nur europäische, sondern auch aus der USA, von der FDA das Zertifikat für den Verkauf in den USA. Hier sehen Sie die komplette Produktleiste unserer Firma. Da es heute schon sehr viele Produkte sind, werde ich nicht auf alle Produkte eingehen, sondern nur auf zwei, drei. Wenn Sie mehr über die Produkte wissen wollen, dann sollten Sie sich die Präsentation anschauen, die alle Produkte einzeln vorstellt. Das erste Produkt, das wir hatten, war Duo Live Tag und Duo Live Nacht. Was ist die Idee und was ist das Wichtige hierbei? Duo Live Tag ist abgestimmt auf Ihren Biorhythmus für den Tag. Duo Live Tag sorgt dafür, dass Sie tagsüber Energie haben, dass Sie tagsüber hochkonzentriert sein können und sich komplett fokussieren können. Duo Live Nacht sorgt dafür, dass Sie besser einschlafen, dass Sie tiefer schlafen, dass Sie sich schneller regenerieren. Wäre es nicht toll, nur fünf Stunden im Bett zu sein, aber trotzdem die komplette Regeneration zu erhalten? Das ist möglich mit Duo Live Tag und Nacht. Vitamin C hilft Ihnen, Ihre Abwehrstärke zu erhöhen. Chlorophyll sorgt dafür, dass Sie mehr Sauerstoff im Blut haben und damit auch leistungsfähiger sind. Aloe S kennen wir, entfernt die Toxinen und unterstützt das Immunsystem. Kollagen. Möchten Sie von innen und außen einfach besser aussehen? Möchten Sie Ihre Knochen, Gelenke, Haut, Haare und Nägel unterstützen? Dann ist dieses natürliche Kollagen die beste Waffe dafür. Brust, Brustick. Haben Sie Gelenkschmerzen? Haben Sie Probleme mit den Bindegeweben, den Muskeln? Möchten Sie schneller regenerieren nach einem Unfall? Dann ist Brustick genau das richtige Produkt. Bollaris Pro. Das ist unser natürliches Antibakterium. Für Allergien, Parasiten, Viren und Pilze ist Bollaris Pro das ideale Produkt. Pro Select. Möchten Sie Ihre Leber verstärken? Möchten Sie das Immunsystem aufbauen? Dann ist Pro Select genau die richtige Wahl. Wie Sie gesehen haben, sind wir fast bei 50 Prozent aller Menschen in Europa, die durch Herz-Kreislauf-Probleme sterben? Hier ist Pro Cardio genau die richtige Antwort. Pro Migräne. Wie viele Leute kennen Sie, die regelmäßig Kopfschmerzen, chronische Schmerzen oder Cluster-Schmerzen haben? Hier ist Pro Migräne die natürliche Lösung, ohne Ihre Leber zum Beispiel zu belasten. Pro Relaxin. Kennen Sie jemanden, der regelmäßig gestresst ist, der regelmäßig explodiert? Dann ist Pro Relaxin das richtige Mittel. Oder möchten Sie bei der nächsten Prüfung oder im nächsten Examen ohne Stress in dieses gehen? Dann versuchen Sie Pro Relaxin. Haben Sie ein paar Kilogramm zu viel? Möchten Sie die abnehmen? Fettverbrennung und Appetitreduzierung ist Pro Slimmer im Idealfall. Möchten Sie Ihren Körper entsäuern, Entfernung von Giftstoffen? Dann ist der erste Schritt Pro D-Azid. Und Pro Cholterol hilft Ihnen, Ihre Cholesterinwerte in den Griff zu kriegen. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Blutzuckerspiegel haben, dann können Sie auf Pro Sugar vertrauen. Außerdem haben wir auch 13 verschiedene Öle zusammengeführt in Liquid Gold. Was hier das Außergewöhnliche ist, dass diese 13 verschiedenen Öle nicht nur K2, MK7 und D3 haben, sondern gleichzeitig auch Omega-3, 6 und 9 im richtigen Verhältnis haben. Eine Flasche reicht für eine Person für 50 Tage. Sind Sie daran interessiert, dass Ihre Kinder ihre Abwehrkräfte aufbauen? Dann ist SunVital genau das Richtige. Sind Sie regelmäßig unterwegs? Möchten Sie dann eine Kleinigkeit essen und nicht unbedingt bei einer der aktuellen Tankstellen sich versorgen? Dann sollten Sie ein paar High-Five-Snacks mitnehmen, weil diese sind gesund und helfen Ihnen, über den Tag zu kommen. Und gleichzeitig haben wir auch etwas für das Frühstück. Be Crunchy, genauso gesund, hoher Ballaststoffgehalt, 49% Vollkorn, ohne Zuckerzusatz, 13 Inhaltsstoffe für sieben Tage die Woche. Sollten Sie merken, dass Ihre Sehkraft langsam nachlässt, dann ist ProOptical unser Produkt der Dual Life Clinical Formula eine ganz neue Linie, die auch auf Patientenuntersuchungen basiert. Hier wurden über 4200 Patienten untersucht, die diese Inhaltsstoffe genutzt haben. Möchten Sie, dass Ihr Haar besser aussieht, voller ist, noch stärker wird, dann ist Keratin genau das Richtige, um Ihr Haar von innen zu stärken. Möchten Sie, dass Sie insgesamt sich besser fühlen, dass Ihr Gesamtkörper besser ist, dann ist Haiblatt genau die richtige Unterstützung. Da wir mittlerweile sehr viele Produkte haben, haben wir auch Pakete eingerichtet, die Ihnen helfen, für Ihren jeweiligen Bedarf die richtigen Produkte zusammenzusetzen. Ob dies ist für die Energie, für das Herz, für das Nervensystem, das Hormonsystem, hier haben Sie 13 verschiedene Pakete, die Sie nutzen können. Auch sorgen wir dafür, dass Sie zu Hause ohne Chemie reinigen können. Unsere Produkte sind komplett ohne Chemiezusätze und damit bedingt auch nicht schädlich für Ihre Haut beziehungsweise vielleicht auch für Ihr Haus, für Ihre Umgebung, für alles, was drumherum ist. Unsere Produkte belasten nicht die Umwelt. Heute sind wir offizieller Partner für viele Sportclubs in Europa und haben auch viele Bekannte, Prominente begeistern können, dass diese unsere Produkte nutzen und für die Wirkung der Produkte sich zur Verfügung stellen. Unter anderem sind wir auch offizieller Partner des polnischen Skiverbandes, des polnischen Tanzverbandes, des polnischen traditionellen Karateverbandes und der polnischen Kickboxingverbandes. Auch können wir mit Stolz sagen, dass wir offizieller Partner von Mercedes-Benz sind, von Jaguar und BMW. Gleichzeitig wird auch über uns sehr viel in den Medien geschrieben. Es handelt sich sowohl um Tageszeitungen, als auch um Wochenzeitungen, als auch um Magazine. Wir haben aber auch unser eigenes Dual-Life-Magazin, in dem wir über viele, viele Themen berichten, Lifestyle, Gesundheit und alles, was dazugehört. Aber es gibt auch die finanziellen Möglichkeiten. Bilden Sie sich weiter, zusammen mit uns. Bauen Sie eine bewusste Gesellschaft auf. Nutzen Sie die Möglichkeit des Soft-Marketings. Freuen Sie sich am Leben und verdienen Sie mit Dual-Life. Wie sieht das Ganze aus? Sie haben Ihren eigenen Dual-Life-E-Shop. Sie haben Ihre eigene Webseite. Und hier können, ob es Fitnessclubs sind, Apotheken sind, Geschäfte sind, bei Ihnen einkaufen. Oder vielleicht auch Ihre Bekannten. Jeder kann bei Ihnen direkt einkaufen. Und dementsprechend kümmert sich Dual-Life um die Logistik und die Abrechnung. Ihr Job ist es, Dual-Life zu empfehlen. Es geht also nicht darum, von Tür zu Tür zu rennen, sondern es geht darum, eine Empfehlung weiterzugeben. Ganz wichtig zu wissen ist, der Einzelhandelskunde bezahlt den Endverbraucherpreis. Der Präferenzkunde hat zwischen 15 bis 20 Prozent Vergünstigung. Dual-Life-Club-Mitglieder haben 30 bis 45 Prozent Vergünstigung. Hier sehen Sie die Preise. Und natürlich ist der Clubpreis der günstigste. Aber es geht noch billiger, wenn Sie mit dem Dual-Life-Club Geld verdienen. Um ein aktives Clubmitglied zu werden, müssen Sie Produkte bei Dual-Life bestellen. Hier sehen Sie die Möglichkeiten, wie Sie beginnen können. Von 83 Euro bis so viel, wie Sie ausgeben möchten. Vorgezogen sind heute die Pakete für 166 Euro und 385 Euro. Ganz wichtig, Sie stellen die Produkte gemäß Ihrem Bedarf individuell zusammen. Da wir aber Soft-Marketing sind, bekommen die Kunden von uns auch etwas mehr. Selbst wenn Sie nur Kunde sind und nur Produkte einkaufen, dann bekommen Sie für jeden Monat, den Sie 500 Punkte bestellen, das ist ungefähr 166 bis 170 Euro, bekommen Sie einen Bonus. Ab der zweiten Bestellung ist das jeweils eine Flasche MyBlood, bei der vierten Bestellung zwei Flaschen, das heißt Tag und Nacht und dann jeden Monat weiter drei Monate MyBlood und den vierten Monat jeweils das Set Dual-Life Tag und Nacht. Somit können Sie in den ersten zwölf Monaten Ihre Aktivität eine Gesamtprämie von über 430 Euro erhalten, ohne dass Sie Produkte verkauft haben, ohne dass Sie jemandem empfohlen haben. Ganz einfach dadurch, dass Sie jeden Monat die Ware für sich selber und Ihre Familie einkaufen. Sollten Sie aber dieses System, diese Produkte jemandem erfolgreich empfehlen, dann bekommen Sie für jede Erstempfählung zwischen 14 Euro bis 134 Euro als Provision. Gleichzeitig bekommen Sie aber auch für jede Bestellung auf Ihrer ersten Ebene 5%, auf der zweiten Ebene 4%, auf der dritten Ebene 4%, dann 3%, 3%, 2%. Und dies bedeutet, dass Sie hier sogar 1618 Euro verdienen können, theoretisch. Was ganz wichtig ist, diese Ebenen werden jeden Monat kompromissiert. Das bedeutet, dass es Leute gibt, die nicht aktiv sein sollten, diese Monat nicht gekauft haben, dass der Rest aufrückt, sodass Sie immer sechs Ebenen tief Ihr Geld von der Rabattprovision bekommen. Dann gibt es auch noch die Karrierestruktur. Wenn Sie sagen, ich möchte Duolive noch intensiver machen. Ich möchte mit Duolive Geld verdienen. Diese Karrierestruktur basiert darauf, dass Sie Ihre Bekannten, Ihre Freunde zu dem Duolive Club einladen und eine erfolgreiche Rekommendation vornehmen. Sobald Sie drei Personen haben, sind Sie ein Gruppenleader. Sobald Sie 20 aktive Personen haben, sind Sie ein Teamleader. Und ich möchte mich jetzt auf den Regionalmanager konzentrieren. Sobald Sie 100 aktive Personen haben, sind Sie ein Regionalmanager. Dieser Regionalmanager verdient zwischen 1000 bis 1250 Euro im Monat, hat einen Firmenwagen dazu und wird einmal im Jahr von uns zu einer einwöchigen Urlaubsreise mitgenommen. Was ganz wichtig ist, vielleicht denken Sie, dass 100 Personen sehr viel ist. Aber in Wirklichkeit ist ein Regionalmanager jemand, der zwei Exekutive Leader hat. Das heißt, er hat zwei Personen gefunden, denen er hilft, Exekutive Leader zu werden. Dieser Exekutive Leader wiederum braucht drei Teamleader. Und die Teamleader wiederum brauchen zwei Junior Teamleader. Und das ist eigentlich das Geniale. Nicht, dass Sie eine Gruppe von 100 Personen führen müssen, sondern dass Sie mit drei bis fünf Leuten zusammenarbeiten und denen helfen. Und das geht weiter bis zum Generaldirektor. Wie Sie sehen, ab dem Level eines Regionaldirektors, wo die Gewinne schon immer mehr und mehr werden, haben Sie auch noch eine zweite Urlaubsreise im Jahr dazubekommen. Ich bin heute auf dem Level eines internationalen Direktors. Aber selbst für mich bedeutet das, ich brauche zwei nationale Direktoren. Oder wenn ich Generaldirektor werden möchte, brauche ich zwei internationale Direktoren. Und wie Sie sehen können, sind die Verdienste hier schon sehr, sehr interessant. Dann gibt es, da die Firma auch weiter wächst, auch noch drei Top-Positionen. Vice-Präsident, Präsident und Global-Präsident. Die gute Nachricht für Sie heute ist, es gibt bis heute nur eine Person nach sieben Jahren, die auf dem Level eines Vice-Präsidentes ist. Dementsprechend, hier gibt es noch viel Wachstumsmöglichkeiten nach oben für Sie. Um auch den Anfang interessant zu machen, gibt es Prämien für den schnellen Start. Wenn Sie innerhalb der ersten 30 Tagen Ihren Teamleader machen oder sogar den Exekutivleader, bekommen Sie 375 oder 750 Euro zusätzlich. Dementsprechend, was ist zu tun? Fünf bis zehn Personen und Sie haben die Produkte, Schulungen und Training gratis. 20 bis 50 Personen, Sie verdienen 250 bis 625 Euro. Und bitte denken Sie dran, es geht hier nicht darum, dass Sie 50 Personen einladen, sondern, dass Sie drei bis fünf Personen einladen und denen helfen, genau das Gleiche zu tun. 70 Personen plus 875 Euro plus Autoprogramm Duolive. 100 Personen plus 1250 Euro Urlaubsreisen und Autoprogramm. Oder schreiben Sie selber ein, wie viel Geld Sie haben wollen und wie viele Personen das sind. Hier sehen Sie, was wir in Europa an Duolive-Bonus anbieten. Sie können ein beliebiges Auto auswählen und wenn das Fahrzeugalter bis drei Jahre alt ist, erhalten Sie einen Zuschuss von den von Ihnen genutzten Autos. Oder sollten Sie das Executive Level oder das Regional Manager Level haben, bekommen Sie eins unserer Firmenfahrzeuge BMW 3er Serie. Was hier wichtig ist, keine Verpflichtung ohne Bonitätschef, ohne Leasing, keine Grundgebühr, ohne die Notwendigkeit einer Versicherung, da wir die bezahlen, keine Wartungskosten ohne Kummer. Hier sehen Sie die Reisen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben mit unseren Managern. Beziehungsweise mit den Direktoren. Sollten Sie aber auch noch andere Investitionsmöglichkeiten suchen, dann hat Duolive seine Tochterfirma Duovita eine 100% Beteiligung, in der wir in Polen, aber auch in der Zukunft in Europa Wohnanlagen bauen, an denen Sie Geld verdienen können, wo Sie sowohl ein Investor sein können, als auch ein Eigentümer sein können. Die Werkzeuge, um sicherzustellen, dass wir unsere Idee in die Welt verbreiten können, sehen Sie hier. Das sind zum einen die Business-Gesundheitsclubs. Eine solche Präsentation schauen Sie sich gerade an. Oder ein System Duolive Online. Oder Konferenzen, ich lebe bewusst. Oder BDS, als Business Development Seminars. Oder LDS, die drei Tages Weiterbildungsveranstaltungen. Und bitte denken Sie dran. Es ist Wahnsinn, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Deshalb sollten wir auf jeden Fall in unserer Weiterbildung entwickeln. Und bei Duolive ist die persönliche Weiterentwicklung einer der drei Grundsäulen. Und was wichtig ist, Duolive organisiert diese Weiterentwicklung durch externe, professionelle Trainer. Das bedeutet, dass wir wirklich die gesamte Zeit auf dem höchsten Level uns persönlich weiterentwickeln. Vielleicht fragen Sie sich nun, funktioniert Soft-Marketing? Innerhalb der Jahre 2015 bis 2018 hatten wir eine Steigerung von 3.700%. Mehr als 300 Personen haben Positionen vom Regional Manager bis hin zum Vice-Präsidenten erhalten. Mehr als 350 vergebene Autos der Marken Mercedes, Jaguar und BMW. Dementsprechend neue Produktionslinien, neue Fabrik, Expansion in Europa. Da bin ich jetzt zu weit gegangen. Einzigartiges Autoprogramm, außergewöhnliche Fahrzeuge. Ihr Aktionsplan für Duolive. Registrieren Sie sich. Nutzen Sie die Produktvergünstigung. Machen Sie drei Personen mit Hilfe eines Uplines neugierig. Hier sehen Sie, Sie bekommen auch Hilfe. Sie müssen nicht allein arbeiten. Engagieren Sie sich mit anderen zusammen in Ihrem Team. Bauen Sie eine größere Gemeinschaft auf, damit Sie auch Ihren Firmenwagen erhalten können. Helfen Sie systematisch den anderen. Fangen Sie an, mit uns die Welt zu erkunden und verdienen Sie wirklich viel Geld. Hier noch eine Hilfe für Sie. Sollten Sie den Golden Group Leader innerhalb der ersten 30 Tage Ihres Businesses machen bei Duolive, können Sie zusätzliches Geld verdienen. Zum einen haben Sie die Provision aus der Handelsspanne. Zum anderen haben Sie die Provision aus der Rabattstruktur. Aber gleichzeitig können Sie schon bei dieser ersten Karriere-Struktur, beim ersten Position, können Sie einen Anteil von 1,5% des gesamten Punkteumsatzes der Firma bekommen. Dies können zwischen 20 Euro bis 100 Euro sein. Dementsprechend schon ganz am Anfang sind Sie an der Lage, am Gesamtverdienst der Firma mit teilzunehmen. Dies wären zum Beispiel, in diesem Beispiel knapp 150 Euro. Was natürlich hilft, damit Sie die nächste Bestellung ohne Probleme machen können. Der größte Traum ist das Glück. Ich weiß nicht, wie Sie Ihr Glück definieren. Ich weiß nicht, was Sie haben möchten. Aber ich bin davon überzeugt, wenn Sie eine Änderung suchen, wenn Sie eine Verbesserung suchen, dann ist das der richtige Weg. Nutzen Sie das innovative Soft-Marketing-Modell. Entwickeln Sie eine bewusste, gesunde Gesellschaft. Bauen Sie wirksam Ihr Business auf. Verwirklichen Sie Ihre Träume durch Duolive. Um Ihnen zu helfen, gibt es die Seite navigator.duolive.eu. Hier finden Sie in zwölf verschiedenen Sprachen die Anweisungen und die Informationen, wie man das System aufbauen kann. Dies kann Ihnen helfen zu verstehen, wie Duolive und Soft-Marketing funktioniert. Mein Name ist Dietmar Dahmen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie interessiert sein an Soft-Marketing und an Duolive, wenden Sie sich bitte an die Person, die Ihnen diesen Film zugeschickt hat, die Ihnen den Link hat zukommen lassen. Und dann fragen Sie die Person, wie Sie weitermachen können, wo Sie mehr Informationen finden können. Ich bin davon überzeugt, dass Soft-Marketing eine der besten Möglichkeiten ist, um seine Träume und Wünsche zu erfüllen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und alles Gute. Ciao, ciao.